Finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz. Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert. Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner. Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss. Mit großer Wirkung. Gute Sache. Bereit zum Durchstarten? Wertgeschätzt, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Und heute geht es mal um den inneren Schweinehund. Und Michael, bist du motiviert? Ich bin richtig motiviert. Wie ich sehe, du auch. Hallo Sven, schön, dass du dabei bist. Grüß dich, grüßt euch. Ja, wir haben, glaube ich, ein cooles Thema dabei. Und das passt ja auch. Läufst du eigentlich? Wenn ich es vermeiden kann, nein. Also. Ich meine sportliche Aktivitäten. Also bist du schon mal gelaufen? Ist das ein Thema für dich? Ich bin mal gelaufen. Lange, lange ist es her. Okay. Allerdings überschaubare Distanz. Okay, ich weiß ja, du hast ja Knieprobleme, kommst ja langsam auch in das Alter. Aber ein Kumpel von mir macht das sehr, sehr häufig im Jahr, läuft Marathon, ist jetzt in dem Triathlon-Bereich und das ist ja keine einfache Geschichte und man braucht ja sehr, sehr viel Trainingszeit und aber auch Durchhaltevermögen. Disziplin, ja. Disziplin, genau. Und das Thema würden wir gerne übertragen in den sogenannten Datenmarathon. Ja, vor kurzem mal bei LinkedIn gesehen. Ja. Echt schöne Grafik und die können wir gerne mal als Aufhänger nehmen. Und ich finde, die zeigt auch sehr, sehr schön einfach das Problem, was wir haben generell im Analytics-Bereich, denn es ist ein Marathon und kein Sprint, auf jeden Fall, um die richtigen Ergebnisse zu erzielen. Und ja, lass uns doch mal anfangen. Also ich würde sagen, wir teilen es in sechs Etappen einfach auf den Marathon. Genau, was man noch sagen kann, damit ihr euch das visuell vorstellen könnt. Wir haben einen YouTube-Kanal, wo wir auch jede Woche fast ein Video jetzt veröffentlichen und da habe ich das Thema so ein bisschen aufgegriffen. Da könnt ihr euch die Grafik auch nochmal genauer anschauen. Ja, verlinken wir den Show Notes einfach hinterher. Ja, würde ich auch sagen. Genau, wir haben sechs Etappen. Genau. So, es geht um Analytics, es geht um Daten. So, erste Etappe ist, womit fangen wir logischerweise eigentlich an? Wie immer, wir schmeißen den Datensauger an. Also Daten sammeln. Das heißt, wir sammeln erstmal die Daten, die wir überhaupt im Unternehmen haben. Und wie wir sie auch immer speichern, wo wir sie hinlegen, ist erstmal vollkommen egal. Wichtig ist erstmal, wir haben das Bewusstsein geschaffen und wir wissen, wir müssen Daten sammeln. Wir müssen Daten erheben, irgendwo speichern. Okay. Und das, klar, das ist der erste Schritt und das machen ja tatsächlich wirklich 100% der Unternehmen sagen, okay, wenn ich das machen möchte, Datenanalytics, dann fange ich an, ich sammle Daten. Genau, also das Ganze basiert ja auf einer Studie und es ist tatsächlich so, dass das die meisten Unternehmen schon sehr gut hinbekommen. Damit sind nicht nur die kaufmännischen Daten gemeint, sondern auch technische Informationen, Produktionsdaten, Industrie 4.0. Also da kann man erstmal einen Haken machen, da laufen auch sehr viele so schnell los. Und das Thema Data Lake, diesen sogenannten Datensee, das wird ja auch häufig genutzt, um einfach zu sagen, wir nehmen mal alles und legen das dort ab und entscheiden uns später, was wir mit den Daten machen. Also von da kann man sagen, ist die erste Stufe oder der erste Meilenstein ziemlich schnell zu erreichen. Genau, das schaffen viele. Also erstmal den Start jedenfalls. Im Startschluss sind noch alle dabei. Dann verlieren wir allerdings schon die ersten 20% Pi mal Daumen beim zweiten Schritt oder bei der zweiten Stufe. Nämlich, jetzt habe ich die Daten gesammelt, jetzt muss ich sie ja auch irgendwie mal aufbereiten, vielleicht konsolidieren, vielleicht Qualität sichern und, und, und. Und da fängt es ja schon langsam an, spannend zu werden, sag ich mal, da spielt die Musik, da verlieren wir schon die ersten 20%. Genau, da sind die Unternehmen dann nur noch bei 80%, aber immer noch, finde ich, gut dabei. Liegt aber auch zum Teil daran. Ist doch die Frage, wie man das schneidet, das Daten. Ja, ja, es liegt aber zum Teil auch daran, dass man da sich natürlich auch mit manuellen Prozessen hilft. Es ist ja sehr, sehr häufig, dass dann Excel genutzt wird, um Daten aufzubereiten, zu verändern, zu speichern. Aber auch die sogenannten BI-Werkzeuge, die klassisch wie Power BI, Click und Co. werden dafür genutzt, um Daten aufzubereiten oder weiter zu verarbeiten. Klar, man behilft sich erstmal mit dem, was man hat. Das war ein guter Punkt, Power BI und Tableau zum Beispiel, denn wenn ich die Daten habe, aufbereitet habe, muss ich sie auch irgendwie visualisieren. Tatsächlich gibt es da auch nochmal einen Schwung, also bei denen die Daten aufbereiten, visualisieren sie auch nicht alle, aber ungefähr 70% sind dann immer noch dabei und visualisieren zumindest mal was. Das heißt, irgendwie werden die Daten transparent nach außen gegeben. Das ist ja auch schon mal was, allerdings ausbaufähig. Ja, es ist trotzdem interessant, dass die ersten drei Meilensteine, also das Datensammeln, die Transformation und auch die Visualisierung, dass das immer noch, also ich finde 70% ist ja viel. Findest du nicht? Ja, also ich hätte jetzt gesagt, wenn ich schon mir das Ziel setze, ich möchte gerne mit Analytics anfangen und starten und ich möchte den Weg gehen, ja ohne Visualisierung komme ich ja nicht weit. Also ich hätte schon gedacht, dass die Quote tatsächlich noch ein bisschen höher ist, aber gut. Ja, immerhin, aber wir werden ja auch gleich nochmal die Lösung aufzeigen, was man machen kann, um diesen Marathon auch durchzuhalten. Ja, ja, denn jetzt kommen wir natürlich eher so zur letzten Meile, das ist ja die, die besonders wehtut und wo der innere Schweinehund dann überwunden werden muss. Weißt du, ich bin ja kein Marathonläufer, wo die ist, da gibt es ja so irgendwie so eine bestimmte Schwelle. Zur letzten Meile? Nein, es gibt doch so eine Mauer, also sorry, ich bin ja kein Marathonläufer, deswegen kann ich es nicht beantworten. Das müssen wir dann den Stefan fragen, das kann ich euch sagen, weil die Mauer bin noch nicht so oft gelaufen. Ich habe da schon mal was gehört, aber ich bin mir da auch nicht sicher und möchte auch keine falschen Infos hier teilen. Aber trotz alledem, jetzt wird es wirklich interessant und jetzt berechen auch sehr, sehr viele ab. Da sind wir nämlich bei dem Thema Datenanalyse, also nur noch 30 Prozent der Unternehmen. Also analysieren wirklich Daten, das heißt, klar, schöne Dashboards gibt es viele, aber dann noch wirklich die Ursachenforschung oder sonstiges, das gibt es dann nur noch ein Drittel, weniger als ein Drittel. Genau und ich habe eine Vermutung, das würde ich ganz zum Schluss mal äußern, woran das auch liegt, warum da auf einmal der Einbruch kommt und warum die Unternehmen da einfach nicht gut aufgestellt sind. Was natürlich auch nochmal so ein Faktor ist, ist natürlich, was habe ich da für Daten? Also es ist ja eine Sache, ich habe einen Standardbericht jetzt gebaut, aber was mache ich denn daraus? Man muss ja jetzt irgendwelche Maßnahmen ableiten, Entscheidungen treffen oder Empfehlungen für die Entscheider und ich glaube, da fehlt auch das Know-how. Das ist ja genau dieser Punkt, was mache ich jetzt mit den Daten tatsächlich? Also baue ich zum Beispiel ein neues Datengetriebenes Geschäftsmodell aus. Also welche, also diese Goldnuggets jetzt aus den Daten zu ziehen, das ist glaube ich genau dieser Punkt, wo viele einfach nicht wissen, was sie damit machen. Dann haben sie eine IoT-Anwendung gebaut, die Daten werden da laufen rein, kommen täglich, aber mit den Berichten oder mit den Dashboards wird nichts gemacht. Das ist halt dann auch immer sehr, sehr schade. Ja, ich glaube, das sind zwei Sachen, einmal das Know-how, was du erwähnt hast, aber ich denke auch ein Zeitfaktor, der irgendwann da jetzt eine Rolle spielt. Aber das können wir später ja nochmal aufnehmen, das Thema. Genau, dann kommen wir zu dem nächsten Meilenstein und da verlieren wir über die Hälfte, das finde ich sehr, sehr beeindruckend, dass da wirklich viele wegfallen. Das sind letztendlich Maßnahmen, also die Kommunikation. Was meinen wir mit der Kommunikation? Das geht so ein bisschen in den Bereich Data Governance rein, dass man da ja Regeln und Prozesse definiert, aber nur mal das Beispiel mit dem sogenannten Kennzahlenkatalog. Wenn natürlich die Daten nicht abgestimmt sind, zum Beispiel die Berechnung der Kennzahlen, was die fachlich bedeuten, dann verliere ich natürlich. Das heißt, ich habe da nicht alle Informationen vorliegen und kann dann halt auch nicht innerhalb des Unternehmens damit kommunizieren, weil ich ja nicht den einheitlichen Katalog habe, den Datenkatalog, Kennzahlenkatalog. Nicht die gleiche Sprache sprichst du im Endeffekt. Genau. Dann ist Kommunikation immer schwierig. Haben wir ja immer wieder erlebt, dass dann die unterschiedlichen Produktverständnisse sind, bestimmte Kennzahlen einfach anders berechnet werden und dadurch eine unterschiedliche Aussagekraft auch stattfindet. Ja, das war jetzt der vorletzte Schritt und der letzte Schritt ist tatsächlich dann, wenn die Kommunikation schon stimmt, dann aber auch die richtigen Maßnahmen ableiten. Oder nicht nur die richtigen, überhaupt Maßnahmen ableiten. Das ist natürlich schön, wenn man über vieles redet, aber ins Doing kommen, aber auf dieser Umfrage oder Statistik tatsächlich nur 5% der Unternehmen. Ja, das ist schon wirklich bitter. Also die Idee von dem klassischen Business Intelligence ist ja wirklich, Mehrwerte herauszuziehen. Also ich, zusammengefasst ist das für mich, also der letzte Punkt, wo man dann wirklich auch den Marathon geschafft hat, entweder manuelle Prozesse abzuschaffen, diese zu automatisieren, dass ich da die Betriebskosten einfach drücke, mir genau anschaue, wo ich die Wertschöpfungskette verbessern kann, vielleicht auch in den Produktionsprozess eingreife, weil ich feststelle, dass bestimmte Konstellationen nicht passen und, und, und. Da gibt es ja so viele Beispiele, aber auch hier kann ich mit den Daten vielleicht ein neues Geschäftsmodell generieren. Das sind alles diese Punkte, also diese sogenannten Maßnahmen einleiten, wo viele einfach dann nicht hinkommen oder es nicht dann durchziehen, das Ganze. Ja, ist natürlich auch der schwierigste Step, trotz alledem. Das heißt, du musst ja vorher schon tatsächlich sauber gearbeitet haben und die letzten Meter dann auch gehen zu können. Aber es ist natürlich, muss man auch sagen, es ist ja nicht so, dass die Steps vorher, wenn ich das erreicht, also daraus kann ich ja auch schon Mehrwerte ziehen. Ich habe dann zumindest ja, wenn ich es gut gemacht habe, schon eine gewisse Transparenz, habe ja schon ein paar Sachen analysiert. Das heißt, es ist ein langer Weg, aber man hat auf dem Weg dahin ja auch schon Erfolge. Das ist ja nicht so, dass man nur am Ende dann tatsächlich… Ja, ich finde die ersten drei Sachen, also ich wiederhole die nochmal, Daten sammeln, die sogenannte Transformation, also die Datenvorbereitung, diese Logiken zusammenführen, aber dann auch die Datenvisualisierung. Eigentlich auch als einer der wichtigsten Schritte für alle weiteren. Warum? Weil ich erstens meine Prozesse sichtbar mache. Ich sehe, ob ein ERP-System richtig gut funktioniert, ob da nicht geschludert wird, ob die Datenqualität gut ist. Das ist ja das sogenannte Shit-in-Shit-out-Prinzip. Dafür ist ja auch das sogenannte Data Warehouse da, damit ich auch da die Prozesse verbessern kann. Und ich kann ja dann auch hingehen und die Datenqualität verbessern. Und das ist auch zum Beispiel die Grundlage, um zukünftig halt auch mit Machine Learning zu arbeiten, dass wir erst in diesem Bereich mit der Datenaufbereitung, mit der Datenhistorie, diese Daten dann auch tatsächlich dafür nutzen. Deswegen finde ich die ersten drei Bereiche sehr, sehr wichtig. Und jetzt kommt auch unser Lösungsvorschlag. Wenn ihr das Ganze so aufbaut und zwar weg von manuell oder halt auch runter zu programmieren und dort eine Automatisierung, einen Generator einsetzt für das Ganze, habt ihr wirklich einen Vorteil. Das heißt, ihr werdet sehr, sehr schnell sein bei dem Marathon. Das heißt, die ersten drei Schritte kann man dann halt abkürzen. Also es entscheidet im Endeffekt, ob du die letzten Schritte bergaufläufst oder bergrunter. So kann man es auch sehen. Es ist ja so, wenn ich mir die gute Vorarbeit geleistet habe, dann fallen mir die letzten Schritte oder die letzte Meile ja viel, viel leichter, als wenn ich auch noch gegen den Berg erlaufen muss, weil ich dann Sachen behebe, die ich vorher vielleicht versäumt habe oder nicht so umgesetzt habe. Deswegen, also wenn man da die Speed reinkriegt, die Automatisierung einen hohen Qualitätsstandard erreicht, dann ist es auch viel, viel einfacher, wirklich Maßnahmen hinterher abzuleiten. Und man hat es auch sauber in einer Plattform beispielsweise, um es kommunizieren zu können. Das heißt, du sprichst immer über den gleichen, über die gleiche Ebene, auf den gleichen Daten, gleiche Sprache und das vereinfacht das immens. Ja und das kann am Anfang wirklich wehtun, um da hinzukommen, aber den Vorteil, den man später einfach erlangt, das ist ja auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Was aber auch noch mit rein spielt, wenn man das Ganze mit entsprechender Software abdeckt, die hochautomatisiert arbeitet, Thema Fachkräftemangel, das muss man einfach sagen. Ich bin flexibler, ich bin nicht darauf angewiesen, den Spezialisten ins Unternehmen zu holen. Das heißt, dort spare ich meine, letztendlich meine Kosten für die Personalbeschaffung auf, ich greife da, also viele Unternehmen greifen ja da auf externe Personalvermittler zu. Ich habe vielleicht ein Personalbranding, wo ich halt Marketingmaßnahmen durchführen muss. Auch das sind Kosten, die ich dadurch einspare. Also das ist ja auch immer die Frage, was kann ich denn mit so einer Geschichte auch einsparen? Ja klar. Okay, dann Sven, fasst du nochmal ganz kurz zusammen. Also was kann der Zuhörer jetzt mitnehmen? Also er kann mitnehmen, dass natürlich so ein Aufbau, so eine komplette Datenstrategie, um halt die Digitalisierung wirklich umzusetzen ist. Das ist jetzt keine Kurzstrecke, das muss man schon mitgeben, sondern man muss da schon hoch motiviert sein, Disziplin. Deswegen passt auch der Bezug zum Marathon ganz, ganz gut und der ist auch nicht von heute auf morgen zu erreichen. Das stimmt, aber das Schöne in dem Fall ist, dass man hier diesen Marathon auch in Etappen laufen kann. Ja, also man kann auch mal eine Pause machen und wenn man ein bisschen geschickter an die Sache drangeht, sucht man sich halt auch kleinere Anwendungsfälle, sodass ich nicht den großen Wust habe oder den großen Berg vor mich herschiebe, sondern ich kann ja mit kleineren Sachen, dann kann es wirklich ein 100 Meter Lauf auch werden für gewisse Sachen. Und ich baue mir über diese 100 Meter Läufe halt das ganze Gebilde ab. Genau, dann habe ich hinterher eine Aneinanderreihung von 100 Meter Läufen, die zum Marathon werden. Ja, das ist doch so. Also das ist doch viel, viel besser, als wenn ich jetzt erstmal in die Strategieplanung gehe und überlege, was können wir alles machen und lieber hingehe und mir ganz spezielle Anwendungsfälle schon mal raussuche, die mir wehtun. Und die dann entsprechend umsetze. Und wenn ich dann mit Automatisierung entsprechend arbeite, bin ich dann noch schneller unterwegs. Ja, keine Frage. Ja, wenn jetzt jemand sich die Frage stellt, ja okay, soweit verstanden, das sind die Probleme und ich immer noch nicht genau weiß, wie man anfangen kann und wie man den ersten Use Case identifiziert, mit dem man die ersten 100 Meter dann gerne läuft, die ersten Erkenntnisse sammelt, dann ja, uns gerne ansprechen. Da unterstützen wir auch sehr gerne, da die Felder zu identifizieren, Maßnahmen abzuleiten. Macht nämlich richtig Spaß und ist abwechslungsreich. Also wer da Interesse hat, sich gerne bei uns melden. Genau, da gibt es das Strategiegespräch, einfach dazukommen oder auch mal den Stand zu zeigen, wo man gerade steht. Also vielleicht kann man ja auch einfach nicht mehr, hat die ersten Wadenkrämpfe und braucht da vielleicht mal einen Trainer, der da das Ganze auch mal von außen betrachtet und einen da wieder die Motivation auch mitgibt und einfach mal anschiebt. Das war heute so ein bisschen die Idee dieser Folge und ich hoffe, das hat euch gefallen und lasst doch einfach mal ein Abo da, das würde uns wirklich freuen und dann können wir das Ganze noch weiter anschieben und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Alles klar, dann bis demnächst. Macht's gut. Ciao. Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt mehr Wissensschätze finden. Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.